Zwei Fritzboxen in einem Netzwerk ohne Mesh, jetzt bei FragFritz. Wir haben ja schon einige Videos gemacht, wie man mehrere Fritzboxen auch in einem Mesh zusammenschließen kann, aber Hesam hat gefragt, ob wir mal zeigen können, wie man eine Fritzbox in einer Router-Kaskade betreibt, sie also als eigenständigen Router an einer Fritzbox anschließen kann. Und das zeigen wir natürlich gerne. Ausgangssituation, ich habe meine 7590, da hängt auch eine 7530 mit dran, die sind im Mesh, die bilden ein Netzwerk und das Notebook, dieses hier, ist auch per WLAN in diesem Netzwerk angemeldet. Nun möchte ich diese 7590 AX als eigenständigen Router mit einem eigenen Netzwerk dort mit ranhängen und dieses Notebook, man sieht es ganz eindeutig, ist per LAN-Kabel auch nur mit dieser Fritzbox verbunden. Was müssen wir beachten? Wenn wir jetzt diese Fritzbox als Router dort mit reinhängen wollen, dann haben wir ja nachher zwei Netze. Weil diese Fritzbox macht ja ihr eigenes internes Heimnetz und verbindet sich oder wird mit dem vorhandenen Netzwerk verbunden. Und da müssen wir natürlich unterschiedliche IP-Netze verwenden, weil sonst kann diese Box ja gar nicht unterscheiden, was ihr Heimnetz ist und was das vorgelagerte Heimnetz ist. Das könnt ihr manuell einrichten, also ihr könnt die IP-Adresse der Box ändern und ihr könnt dann auch manuell einrichten, dass sie sich mit einem vorhandenen Router verbindet oder wir nutzen eine ganz einfache Variante. Die zeige ich euch mal. Ich bin nämlich hier schon mit der 7590 AX verbunden. Man sieht, Internet, nichts eingerichtet. Die ist also quasi in Werkseinstellungen. Ich gehe einfach mal in Zugangsdaten und sage, ich möchte hier Zugangsdaten einrichten. Und zwar nicht einen der üblichen Anbieter, wo ich dann Zugangsdaten brauche. Ich sage, weitere Anbieter und dort kann ich dann ganz unten auswählen, vorhandener Zugang über WAN. WAN, Wide Area Network, also Internet. Das heißt, die Box sagt, da ist schon irgendein Internetzugang, wie auch immer der hergestellt wird. Den möchte ich einfach mitbenutzen. Und da sage ich, jawohl, das wähle ich aus. Und dann kriege ich auch die Anleitung, was ich machen soll und sage, erst mal übernehmen. Jetzt muss ich natürlich die Verbindung cachen, steht ja hier auch. Achtung, ich muss jetzt den WAN-Port oder je nach Fritzbox-Modell den LAN-Port 1 dafür verwenden. Ich habe das mal vorbereitet. Hier habe ich ein langes Kabel. Ich muss natürlich einerseits mich mit dem Heimnetz der 7590 verbinden und sage dann hier, ab in den WAN-Port. Das wird jetzt für dich der Internetzugang. Also kann ich hier sagen, jawohl, okay, das habe ich alles berücksichtigt. Und kriege jetzt noch die wichtige Information. Die Fritzbox bekommt eine neue IP-Adresse, ist ab sofort unter der 188.1 erreichbar. Denn das Standard-Fritzbox-Netzwerk ist ja 178.1. Da hat sie automatisch erkannt, das wäre ungünstig, weil wenn ich an einer anderen Box dranhänge, dann habe ich ja genau gleiche IP-Adresskreise. Das funktioniert nicht. Also wählt ihr automatisch ein anderes. Wenn euch das nicht gefällt, wie gesagt, ihr könnt das ja auch jederzeit wieder ändern. Aber ich werde jetzt hier nur einmal kurz das Netzwerkkabel zum Notebook ziehen, damit das Notebook auch merkt, oh, ich muss mich da einmal neu melden und eine neue IP-Adresse lernen, weil wir haben jetzt ein neues Heimnetz aufgebaut. Und sage mal, jawohl, jetzt möchte ich zur Übersicht. Jetzt habe ich also diese Fritzbox als eigenständigen Router an das vorhandene Netzwerk, an die vorhandene Fritzbox angeschlossen. Bedeutet, hier ist also alles aktiv, Routing-Engine, die Firewall ist aktiv. Also aus Sicht dieser Fritzbox ist dieses Netzwerk schon das Internet und damit ja erstmal nicht vertrauenswürdig. Bedeutet also, ihr kommt zwar aus diesem Netzwerk wunderbar raus ins Internet und auch in dieses Netzwerk, aber aus diesem Netzwerk nicht in dieses. Weil da sagt die Firewall, Moment, ich lasse hier nur angefragte Pakete rein, aber nicht einfach irgendwelche Zugriffe. Müsst ihr also darauf achten, wenn ihr auch aus diesem Netzwerk hier rein zugreifen wollt, müsst ihr entsprechend Portfreigaben einrichten. Auch wenn ihr auf die Fritzbox-Oberfläche zugreifen wollt, aus diesem Netz geht das nur über den Fernzugriff, HTTPS. Und wenn ihr generell aus dem Internet zugreifen wollt, auf diese Fritzbox, bei MyFritz zum Beispiel, dann könnt ihr ja erstmal nur auf diese Box zugreifen aus dem Internet und müsst dann hier entsprechend Portweiterungen einrichten, die auf diese Fritzbox zeigen. Das gilt es zu beachten. Wird jetzt den Rahmen etwas sprengen, das alles zu zeigen. Ich will jetzt nur mal kurz zeigen, wie es jetzt hier aussieht. Ich bin nach wie vor mit der 7590 verbunden, melde mich wieder an und gucke mal jetzt in mein Mesh-Netzwerk rein, also in mein Heimnetz. Und sehe, da gibt es genau zwei Geräte, nämlich diese Fritzbox und mein Notebook. Aus diesem Netzwerk kann ich auf das vorgelagerte zugreifen, nicht mit fritz.box, weil da lande ich auf meiner, aber ich kenne ja glücklicherweise die IP-Adresse von dieser Fritzbox. Das ist nämlich das Standardnetzwerk, 178.1. Und dann sehe ich auch gleich, jetzt lande ich auf der 7590, nicht 7590 AX, muss natürlich entsprechend das andere Kennwort eingeben. Kann mir da auch nochmal die Mesh-Umgebung angucken, dass ihr das seht und dann sehe ich, jawohl, gucken wir mal rein, Heimnetz Mesh. Da habe ich die 7590, da ist als Mesh-Client die 7530 dran, da ist auch dieses Notebook mit drin und es gibt einfach eine Fritzbox ohne nähere Bezeichnung, kein Mesh, keine Information, was da angeschlossen ist, weil die jetzt ja nicht im Mesh ist, nicht Teil dieses Netzwerkes, sondern ein eigenständiger Router, der sein eigenes Netzwerk verwaltet. Es gibt verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, warum ihr sowas machen wolltet, das wollen wir jetzt ja auch nicht im Detail klären, aber wenn ihr so eine Kaskade aufbauen wollt, dann, Herr Sam, hoffe ich, weißt du jetzt, wie das funktioniert und vor allem, worauf zu achten ist. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann wie immer ab in die Kommentare damit, denn vielleicht beantworten wir eure Frage ja schon beim nächsten FragFritz. Damit ihr die nicht verpasst, immer daran denken, Abo reinhauen, Glocke reinhauen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, bis dahin und tschüss.